ja moin sind zusammen herzlich willkommen zurück im nächsten part vom PTR Watch, yeah, boah da werden uns mal die Taschen geöffnet, die junge 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 ich habe überhaupt nicht den Durchblick heute noch morgen aber wir lassen uns wir gucken mal das ist jetzt hier unser Vorposten oh da hat jemand sich lieb, das ist ja schön, das ist schon nett da oben ist der Flugmeister, hier was haben wir hier wir müssen ja mal einmal gucken, was hier auf uns wartet, aber okay, ist ein kleiner Turm äh ich weiß, dass man hier ein paar Gebäude aufbauen kann boah Elitan, was ist los alter, quatscht ihr wieso ist hier nichts im allgemeinen Chat hier, schreibt doch mal miteinander boah steht einfach Elitan hier nice geil ja finde ich cool, finde ich cool gemacht, okay so, sprechen wir mal mit Khadgar ja, mein Bester, so, wir haben äh, Seeking Lost Knowledge, okay ähm, ja, gucken wir uns mal alles an, was wir hier so um den Surrey bekommen ähm, deckt wieder ein neues Aufenthalt an der verhärten Küste eine Legionsbedrohung auf, okay jetzt kriegen wir so kleine, kleine Missionen, ich hoffe ja schon mal für, ähm, dafür, dass wir hier ein paar Gebäude bauen sollen, angeblich, müssen wir mal gucken äh, die ersten Missionen Vorräte der Legionsrichter, okay schließt World Quest an der verhärten Küste ab, um Kriegsvorräte der Legionsrichter zu erhalten, okay 40 Stück, what the fuck, lol wow, okay, wir sollen mit Hedrick sprechen, okay, das kriegen wir hin und, Default Legion, Siege und Dreadstalker, okay Dreadstalker sind doch wahrscheinlich diese Dinger hier, ich weiß es nicht ich vermute hier nur, wenn Englisch ist, ich vermute, uh, schick ja, nice ähm wieso ist denn hier hinter mir Soldaten gerettet oh, hier basteln die Hunter ihre Fallen ja, schick, geil weiß ich nicht, keine Ahnung, wieso mir das hier so angezeigt wird wir laufen einfach mal los, scheiß drauf würde ich mal so behaupten wir gucken mal, was hier unten uns noch erwartet uh, Dämonen gefangen okay äh, Elementar, ja, schick die Schamanen Paladine ah, jetzt sind hier, sind hier alle aufgelistet, ne ja, ja sehr nice ja, ich find's so schade, dass wenigstens nicht mehr ungefähr, äh, das angezeigt wird, wo man sie hin muss das heißt, wir müssen irgendwo hinlaufen ich bin mal gespannt, ob wir da irgendwas finden so ähm gut, legen wir einfach mal los wir starten einfach und laufen die verhärte Küste entlang und irgendwo finden wir dann schon mal was, würde ich mal so behaupten doch, 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 doch irgendwo ist ja mal was das kann ja nicht so weit weg sein ne äh, laufen wir da lang und dann laufen wir hier vorne lang komm ne, Gefühle sollte man nicht unterdrücken haha so was ist das hier? das kann ich aufheben ach, schick ach, jetzt so eine, äh, äh eine Granate oder sowas kein Hexenmeister ist gelungen, eines der Dämonenportale umzukehren tretet ihn durch und richtet auf der anderen Seite so viel Schaden an, äh, wie möglich ey, geil, ja, das machen wir einfach mal komm ne, wenn Illidan das sagt ne, wenn er sagt, von der Brücke springen, dann können wir das auch wow, ach, guck mal hier, ein Grubenlord äh, oh, oh, schneller, schneller, wo ist mein schneller? da haha, das Beinding, keine Ahnung hab mal ihn mal weg, Junge, was ist los mit dir? scheiß auf Grubenlord hier batz, wuh, wuh gut improvisiert ich wünschte, ich hätte mehr Truppen, die ich mit solchen Aufgaben betreuen könnte und jetzt, äh, ja, und jetzt und jetzt zieht euch zurück, bevor Verstärkung eintritt ja, natürlich, und wir gucken gleich mal was wir hier an Item Level bekommen haben oh, sorry ja, cool ja, einfach durchs Portal treten, ne? äh, falscher Knopf da, so, wo bekomme ich denn jetzt hier bei dem Standard Blizzard Ding meine Sachen 78 haben wir hier gekriegt das ist ja schon mal nicht schlecht, ne? gut, jetzt gehen wir nicht auf die Werte ein, aber äh, ist ja schon mal nicht schlecht, ne? kann man gut Trinks nochmal gucken das ist ja hier äh, LFR Niveau, ne? von Nachtfest oder NHC schon fast, ne? oh, mein Schnupfen, was ist los? ja, keine Ahnung, was wir jetzt noch machen sollen äh, hier ist noch was das, ah, hier, guck mal deckt das ist überall ich glaube, wir gehen mal hier so zu so einem Turm wollen wir mal zu so einem Turm gehen? komm, wir gehen mal zu so einem Turm hilft ja alles nichts, ne? wir finden die Quests nicht ahhh, das ist ja schlimm so so ah ja Weg gefunden hier ist nochmal so ein Portal darf ich da wieder durch oder kann ich das zerstören? oder oh, da ist erstmal so ein Hündchen das machen wir weg so wo ist da ist die ich muss erstmal den Überblick wieder finden ohohohoho so, das war weggeratzt, ne? gucken wir mal weiter wir sind schon fast da wir sind schon fast da wir sind schon fast da so oder muss ich da hoch? jetzt sind hier Portale, ne? oh Gott, ich werde so durcheinander sein wenn ich hier, äh, Queste wow, 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 nicht gleich alle auf einmal wo sind meine Pfeile? wo sind meine Pfeile? ach da haha oh, da ist noch jemand was ist los? oah, mehrfachschuss sieht schon richtig geil aus gefällt mir gefällt mir so ok ähm was macht ihr? ok, er verreckt aber hier ist noch gar keiner da ist etwas das heben wir auf das heben wir auf ich muss ja auch mal gucken weiter erstmal schmeißen wir mal die grüne Kugel hier weg so ja hallo erstmal gucken wo ich hier doch rumballern kann, ne? so, hier kommen noch ein, noch ein Kriegsel so, sehr schön oh, der Quest das nehmen wir mal an und yeah, geil erstmal alles einsammeln, was geht was ist das? was ist das? alle Werte um 10% erhöht maximale maximale gesundheit um 10% verringert lol what the fuck, ey so muss ich dich oh, guck mal hier mysteriöse ungebundene schriftrolle die wollen wir haben die kriegen wir von dir, digger ähm das möchte ich gerne haben weißt du? boah, du kannst aber schon einiges, ne? du bist jetzt nicht so ein Hiopai, der äh nur doof rum steht scheiße, hätten wir mal drauf achten sollen was dafür wert er dass er hier so einen scheiß Drachen um sich rum hat man, 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 man oh, oh, oh komm Misha was ist los? Misha, halt doch mal die Aggro was ist los mit dir? scheiße, man muss ich jetzt echt hier noch auf äh BM umskillen damit ich hier durchkösten kann äh ja, nicht gecheckt ich hab's nicht gesehen scheiße alles war so einfach äh ja, da ist doch einer hau den um ja hahaha geil ja, ehrlich, hau den um ich, ich, ich versuch den mal hierher komm hier ich kite den mal ein bisschen was los hier boah, Tank, Alter ja, ja sehr schön wo ist meine Schildkröte erstmal weg machen so, und jetzt geht drauf gerotzt naja, toll durch das ganze hin und her laufen von einfach nur stumpf rum ballern hab ich kein Fokus mehr hahaha oh, 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 oh so, jetzt haben wir den noch barz, barz, barz yeah da fällt er doch weißt du ja was wenn wir voll sind dann sind ich schon mal volltreffer tschak was los barz junger jungen jungen jetzt geht's ab wo ist mein volltreffer wieso geht das nicht ah, wo sehe ich denn hier da noch fünf sekunden lol schilte alter da ist er down ja und da kommt ja, ihr kommt jetzt ne ja so sammelt kriegsvorräte der legionsrichter ich dachte durch äh world quest stand doch da hier kann ich nochmal rein ok die portale werden mir angezeigt dass ich hier was machen soll was bist du denn alter ein goldener what the fuck ja du gehst gleich auf mich ne gehst gleich auf den hunter ja mit so aussieht als ob ich gepullt hätte genau aber der goldene fällt aber jetzt schneller als hörst du mal auf mich anzunuckeln hallo ich glaub's ja wohl nicht ein kommt ja nochmal ne den will ich jetzt noch mal besiegen ey oder brauche ich den noch ne leute kommt mal klar wir gehen mal zum anderen portal wir gucken mal was da abgeht ne müssen ja auch bei flexibel sein oh loll Hallo wieso pull ich die immer so okay ja ja die kümmerung mit passion was los kommt her tschüss locker flockig was geht ab wieso sind hier lehren tentakel spackos ich dachte es werden immer die von von den acht mann alten göttern was das ist nicht euer ernst mann wie soll man das kaputt machen ich helfe dennoch kurz haben wir es jetzt kaputt oder what the fact nein nein ohne spaß man es kann nicht wahr sein dass das ist doch falsch weg totstellen wo ist mein tod stellen da ist mein tod stellen geht bloß weg von mir einer zum glück habe ich mich nicht dadurch stellte er sollen das wir sind das hier portale die die ganze zeit sich öffnen fellfeier kann ich das machen einfach drauf ballern sie hätten einen kampf verwickelt nö bin ich nicht erst gesagt feier leute fellfeier pass ja wenn ich wüsste wo ich hin müsste wir können ja mal dahin zum nächsten flugpunkt dann haben wir doch schon mal was erreicht heute und ich kann ich muss zur arbeit versuchen so ähnlich weit zu kommen also ungefähr zum nächsten flugpunkt stehen und dann mal weiter gucken aber im nächsten mal was wir so erreichen noch können oder ist das doch das gerade mal ist ja hier war es gar gibt es auch schon mal den ganzen nicht benutzer definiert schlachtzug spezifische dungeon rahmen wir sehen schluss ist bei mir gelb okay dahinten muss ich hinne springe ich jetzt einfach mal ich bin jetzt einfach mal hier lang können wir gleich noch mal gucken beziehungsweise nicht gleich so ach so wollte ich das doch nicht mensch so auf jeden fall habe ich hier eine quest und die können wir schon mal abschließend scout jetzt kommt ja was geht ab wir haben was erkundet ich will sie nicht freuten leute das machen wir beim nächsten mal bitte hätte ich töten wir noch mal ich habe ganz so ok ich auch noch ok naja mensch dann kommt doch mal alles zusammen junge 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 wenn man nur einen erledigen will ich brauche so haben wir es jetzt gott ok leute ja so viel erreicht haben wir nicht aber wir haben ein bisschen was gesehen was uns erwartet was für uns ein gegner erwartet und mit dem portal werde ich nicht schlau normalerweise kann man dann auch eins schließen wenn man eins besiegt hat dachte ich aber gut wir werden es dann sehen macht es erstmal gut bis zum nächsten part tschüss